Es ist die Gasse des 89 Jüngers im Weisselplatz, Michael Neumeyer gegen Josef Osic. Und hier geht es gleich mit der Gasse Leisselberg der 1.64 Jüngers auf Franz Nürnberg. Ausgrabung der Nummer 14, der Pfeil ist vorbei. Ausgrabung der 2, der Lübedeck, Puske und Ausgrabung der 3, welches die Goethe-Tirada, der Sitz. Und hier geht es gleich mit der Gasse Leisselberg der 3, die Gaben-Lübedeck. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.